Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter am Sonntag hier bei Wetter.net. Ja, heute ist allerheiligen. Der November beginnt und der November wird in dieser Woche wirklich richtig klassisch werden. Mit einer Inversionswetterlage unten grau, oben blau. Es gibt einen Temperatursturz um 10 Grad, aber der ist auch dringend notwendig. Denn morgen am Montag erwarten wir teilweise bis zu 23 Grad. Ein rekordverdächtig warmer Start in diesem November 2020. Doch zunächst mal der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Sonntag. Und wir sehen, da kommt die nächste Wetterfront herangezogen. Die bringt uns heute viele Wolken, stellenweise Regen, aber immer noch relativ milde Luftmassen. Und diese milden Luftmassen, die kommen auch noch bis zum Montag weiterhin zu uns geströmt. Und besonders zum Montag hin, da gibt es nochmal Nachschub an milder Luft in 1500 Metern Höhe. Da kommt dieser neue Wärmeberg bis zu uns nach Deutschland reingegleitet. Und wir reden hier teilweise von Temperaturen in 1500 Metern Höhe von bis zu 17, 18 Grad. Und das ist natürlich eine ungewöhnliche Wärme für die aktuelle Jahreszeit. Heute typisches Allerheiligen Wetter. Viele Wolken, Grau, Nieselregen, leichter Regen. Aber die Temperaturen, die bleiben für Allerheiligen ungewöhnlich hoch. 13 Grad an der Ostsee, sonst werden 15 bis teilweise 18 Grad im Westen Deutschlands erreicht. Viele Wolken und wie gesagt stellenweise etwas Regen. Zum Abend, da frischt der Wind hier dann im Nordwesten immer mehr auf. Der Blick auf den Montag und der Montag, der bringt uns zwar viele Wolken, aber auch so eine richtige Warmluftdüse. Es bleibt weiterhin vor allen Dingen im Westen ziemlich windig und die Temperaturen, die steigen nochmal deutlich an. Teilweise 21 bis 23 Grad hier im Westen. Eine ungewöhnliche Wärme zum Novemberstart. Und auch Richtung Hamburg und Berlin, da werden teilweise 18, 19 Grad erwartet. Diese ungewöhnliche Wärme, die dauert aber nicht mehr so lange an. Denn schon am Dienstag wird es dann deutlich kühler und beim Wetter auch wieder ruhiger. Stellenweise zeigt sich nach Norden ab und zu auch mal die Sonne. Und die Temperaturen, die steigen auf 8 bis teilweise 14 Grad. Ja und zum Mittwoch setzt sich immer mehr hoher Luftdruck durch und dabei gilt, oben meist blau, unten meist grau. Aber auch unten kann sich hier und da mal die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen bei Dauergrau gerade mal 6 Grad, sonst 9 bis 11, teilweise 12 Grad. Eben je nach Sonnenscheindauer. Und auch der Donnerstag verläuft ähnlich trockenes Wetter. Und die Tageshöchsttemperaturen, die erreichen je nach Sonnenscheindauer 7 bis teilweise 11 Grad. Wobei man heute nicht genau sagen kann, wo sich genau die Nebeldecke mal auflockern wird. Oder wo es eben den ganzen Tag auch grau sein wird und wo es eben sonnig ist. Aber wahrscheinlich in den Hochlagen, so Richtung Schwarzwald, Harz, da wird es oftmals sonnig sein. Und ungewöhnlich warm auf 1000 Metern Höhe, teilweise über 10 Grad. Der Blick zum nächsten Wochenende und es wird nochmal einen kleinen Wärmeberg geben. Die Temperaturen steigen am Freitag auf 8 bis 13 Grad, am Samstag auf 9 bis 14 Grad. Und auch am Sonntag je nach Sonnenscheindauer auf 11 bis 16 Grad. Wir sehen also so eine richtig große Abkühlung ist da eigentlich gar nicht von Dauer. Es bleibt einfach relativ mild für diesen November. Und das zeigt auch nochmal der Blick auf die Ensemble-Vorhersage. Und zwar bis zum 16. November für die Mitte Deutschlands. Hier die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Zunächst Werte um 10 Grad und leicht darüber. Dann kommt der Temperatursturz nach unten. Die Werte knapp um 0 Grad. Aber dann zum nächsten Wochenende wird es vor allen Dingen in der Höhe wieder richtig warm werden. Teilweise 10 Grad, im Mittel so 7, 8, 9 Grad. Natürlich heißt es nicht unbedingt, dass es auch unten sehr warm wird. Denn da bleibt es manchmal bei diesem nebligem Wetter. Aber insgesamt bleibt die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe bis Monatsmitte. Bis zum 16. November meist über dem Klimamittel. Und das heißt natürlich auch, einen Wintereinbruch wird es bis zum 16. November definitiv nicht geben. Denn dafür bräuchten wir auch mal kalte Luftmassen in der Höhe. Aber die sind einfach im Mittel nicht zu erwarten. Meistens bleibt es viel zu warm für die Jahreszeit. Einzelne Berechnungen gehen bis zu 10 Grad. Es gibt auch ein paar Berechnungen nach unten in die kalte Region. Teilweise Temperaturen bis minus 10 Grad. Aber leider sind diese Berechnungen mal wieder in der Minderheit. Und wie schon seit Tagen erwartet, es ist einfach in der ersten Novemberhälfte kein Wintereinbruch in Sicht. Und das bestätigt auch mal einen Blick nach Süddeutschland. Da sollte man ja meinen, im Alpenvorland, da könnte es vielleicht mal kälter werden. Aber weit gefehlt. Hier gibt es sogar noch mehr positive Läufe Richtung 13. bis 16. November. Auch hier bleibt es viel zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Das heißt, winterliche Eskapaden bis zum 16. November sind eigentlich bei uns in Deutschland ausgeschlossen. In den tiefen Lagen sowieso, aber auch in mittleren und eben in höheren Lagen. Also keine erste Winterluft bis zum 16. November diesen Jahres. Ja, und hier nochmal der Blick, auch sehr interessant, auf die 2 Meter Temperatur für den Westen Deutschlands. Und wir sehen, bis zum 16. November gibt es ja nicht mal Bodenfrost. Es bleibt also nicht nur mild, sondern auch der Bodenfrost, der bleibt aus. Erst hier so um den 14. bis 16. November, da gibt es ein paar Signale, dass die Temperaturen mal auf 0 Grad sinken könnten. Aber im Mittel liegen die Werte meist so zwischen 5 und 10 Grad, tagsüber wie auch nachts. Also selbst Frost ist da im Westen Deutschlands erstmal überhaupt kein Thema. Und das bis zum 16. November. Ja, das war es vom Wetter am Sonntag hier bei wetter.net. Und wenn euch unser Wettervideo gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und einen schönen Sonntag.